Mein Name war Wuss, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Overwatch. Heute spielen wir mit den Tanks und ich nehme jetzt diese Runde einfach, egal ob mein Team gut ist oder nicht, weil davor hatte ich zwei Runden, die ging beide zwei Minuten lang, weil ich immer alleine vorne war. Mein Team war immer tot, ich habe nicht gecheckt, was da war, die waren halt immer tot. Ich habe immer nur Totenköpfe gesehen, dann habe ich geguckt, ob wir einen Heiler haben, haben wir. Der war aber nie da. Ich war immer alleine vorne. Ich habe den meisten Kills gemacht, irgendwie fünf Kills, dann kam aber hier Doppel Roadhog, dann war es auch vorbei. Also ich nehme die jetzt einfach, egal was passiert, denn ich habe keinen Bock noch mehr Runden mit Diva zu machen. Ich sage ja immer, ich bin nicht Montana Black, das ist ja auch nicht das Montana Black Prinzip. Montana Black stimmt ja, ich hätte ja nehmen müssen, laut Montana Black, weil da war ich ja gut. Nur wo man zwei Minuten sieht, weil das Team so scheiße ist, das nehme ich nicht. Deswegen nehme ich jetzt die, egal was passiert. Okay, also Diva kann fliegen, habt ihr ja schon gesehen. So, hier muss ich aufpassen. Farrah, vorsichtig. So, hier gab es Leben. So, wir müssen den Heiler da umkriegen erstmal. Wo ist denn der Heiler? Die haben diesmal keinen Roadhog, also sieht es gut aus. Wo ist er denn gewesen? Da. Ist tot. Haben wir eigentlich einen Heiler? Nö, aber da sieht es jetzt auch nicht so notwendig aus. Die Stunden war Leben, das weiß ich. Okay, das ist... Streiten wir uns hier ums Leben, Alter. Die Stunde hat geschlagen. Was? Der... Fuck. Oh. Wolltest du mich jetzt ohne Scheiß hier wirklich so töten? Junkrat? Willst du das wirklich machen? Er will es wirklich machen. Er will es wirklich machen. Ich habe gerade das Leben gefunden, Alter. Und er war so blöd und hat es nicht genommen. Ich hätte mich auf ihn konzentrieren können. Hätte ich ihn definitiv noch haben können, aber... Naja. Wir haben gut gekriegt. Er macht diesmal in meinem Team auch wenigstens mit vorne. Stört mich instant. So, ich muss aufpassen, was hier ist. Da oben auf dem Dach sind die doch bestimmt alle. Echt jetzt? Echt jetzt? Gravitationsbombe direkt daneben. Das war der Boss. Das war der Boss. Das war der Boss. Das war der Boss. Gravitationsbombe, Alter. Direkt daneben explodiert so ein Riesenteil mit einem Riesenradius. Und keiner stirbt. Das kann ich mir noch nicht sagen, dass das jetzt... Der Ernst ist hier in der Lage. Das war wieder so eine Sache. Ey, das war doch jetzt nicht der Ernst der Sache, ey. Gravitationsbombe direkt... So ein Riesenroboter, der mit einem Riesenradius explodiert wie eine Atombombe. Nix. Nix. Nicht mehr einen. Das mache ich wie Ulti. Da ist keiner in der Nähe. Also, keine Gravitationsbombe. Hier, da ist kaum einer da. Und was passiert? Ich mache sau viele Kills damit. Hier, Gravitationsbombe direkt daneben. Mach ich's? Puh. War da was? Fuck. Lass du mal auf. Ups. Ich mag die Road66 irgendwie. Ach ja, hab ich auch Roadshow. Noch jemand? Ach, nennt man dich so. Geschütz-Gemein-Restaurant. Heite Energie zu den Grundschilden um. Einliches Geschütz zerstören. Hier war doch was. Hab ich doch was gehört. McCree. Ich würde gerne heilen erst mal. Ich hab nichts zu heilen. Willst du's wirklich machen? Okay, Junkrate. Hau mal jetzt. Äh, hab ich den übersehen grad? Oh, ich hätte ihn fast. Okay, mein Team ist grad gar nicht da. Also so war das. Das war komplett aufgeteilt. Also hier sind mal zwei, ja, aber... Das war eigentlich komplett aufgeteilt. Ich bin keine gute Verliererin. Die gehen alle irgendwie nicht zur Fracht. Also, das war schön, wenn die mal hingehen würden. Ich guck ja auch, da ist so viel wie möglich bei der Frachtmache. Das ist unser, weil sonst macht er nicht den Spruch. Der normale. Das ist unser, weil wir auch. Timmst meinst. Hinter mir. Ich habe wieder neue Hitmacher. Ach Mensch, immerhin. Noch 60 Sekunden, Alter. Jetzt kommt hier. Was war das jetzt? Haben wir Lucio? Nice. Hä, wir haben keinen Lucio? Wie kann ich mich dann heilen? Ich habe das noch gar nicht gecheckt, hier, das Ganze. Ich glaube, das liegt einem brandgefährlich. Ach klar, klar. Wenn ich ihn abschieße, muss er ja auch so. Muss er auch den Reifen kaputt gehen, dann kann er ja nicht mal steuern. Yo, 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 yo. Ach, die kann ich nicht, die kann ich nicht treffen damit. Er kommt bitte hierher. In der Halle sieht es schon anders aus, da kannst du nicht mehr so weit wegfliegen. Hier kann ich aber auch wegen dem, wegen dem, ähm, Speed hier der Kugel. Kann ich nicht wirklich auf Präzision gehen. Ja, ist einfach nur rein. Okay, mein Mech ist akavit. Ah, nein, 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 nein. Boah, Alter. So eine Scheiße mit Mei. Alter. What the fuck? Ich hasse Mei, ich hasse sie, ich hasse sie. Die ist fast so schlimm wie Bastion, weil Bastion wäre jetzt hier noch asozialer. Das, das juckt mich gar nicht, dass der Solid schon mich abgeschossen hat. Da habe ich mich nur abgeschossen. Weil die Mei dort war, Alter. Dieses Einfrieren, das, das darf es gar nicht geben in einem Spiel. Das darf es eigentlich gar nicht geben in einem Spiel. Junge. Das müsste jetzt erst mal sein. Fuck, Alter. Jetzt komm, jetzt, jetzt. Einfach zum Auto, Alter. Mach jetzt hier, komm. What the fuck? Hier ist so viel. Hier ist so viel. Ne, das haben wir nicht. Das schaffen wir nicht, Alter. Ich nehme es trotzdem, aber wir schaffen es nicht. Mein Team geht nicht ran an den Punkt. Ne, wir haben es nicht verkackt. Also, ich sehe es. Naja. Mit Diva kriegt man irgendwie keine ordentliche Runde hin wegen dem Team. Ich hoffe mal, mit Reinhard wird es dann besser. Das Team war jetzt zwar besser als die anderen beiden. Das waren ja die Zahlenlappen, die anderen beiden. Das war ja sogar ein gutes Team. Ich sage es mal so, wäre Mei nicht gewesen, hätte man es vielleicht sogar schaffen können. Aber das war wenigstens... Im Vergleich dazu war das ein ESL-Team, Alter, zu den beiden Teams, die ich davor hatte. Deswegen gebe ich mich jetzt mit der Runde zufrieden und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.